BASE SOON, Herzlich Willkommen zurück Leute zu Counter-Spray Global Offensive Trouble Town Battleground mit dem Rematch der dritten Woche diesmal im Team Vita. Moin! Wer da im ist? Hallo! Hi! Julia! Hallo! Mr. AGP. Hi. Und McFly. So, und wir starten nach Tempor. Hi, McFly. Und im Gegnerteam sind Nitrate, Kapuze, McManus, Ant und Nancy. Das letzte Match ging unentschieden aus. Und schauen wir mal, ob wir das hier ändern können. Ja, schauen wir mal. Wie wollt ihr anfangen? Wahrscheinlich mit einem A-Split, oder? Ist uns egal. Versucht es einfach mal auf A. B ist immer sehr einfach zu verteilen. Ich gehe kurz. Dreier lang, zweier kurz, ja. Wollen wir nicht als erstes. Ja, ich warte immer. Einer ist schon B. Kapuze ist hier schon mal. Auf langen. Hat einer in der Mitte geguckt. Jetzt wissen wir, dass wir A gehen. Da ist beim CT-Spawn ist das jemand. CT-Spawn ist Kapuze und go, Leute. Drauf auf den Spot. Immer vorwärts. Immer vorwärts. Oben kommt auch noch einer. Naja, das ist noch unsere. Okay. Wer hat die Bombe? Ich hab die Bombe. Zwei Stück kurz. Noch einer kurz. Kurz, einer durch. Nimm dir die Zeit ruhig zum Zielwertigen. Lang, 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 lang. Gerade in einem Pistol-Fight und weißt du ja, dass du nicht durch einen One-Shot stirbst. Und anstatt einfach so, wenn du jetzt irgendwie nervös wirst, die ganze Zeit zu schießen, Ziel in Ruhe. Also der eine Schuss ist viel mehr wert, als vielleicht ein glücklicher Treffer. Eko noch kaufen? Nee, kaufen. MP5s. Aber keine richtigen Waffen. Also MPs. Also alle SMGs. Wer zwei Kills hat, kann eine P90 kaufen. Alle anderen sollten irgendwie eine MP normal holen. Wieder A? Ja, wieder A. Ich geh wieder lang. Ich geh kurz. Feste Position. Gut. Also hier lauft dann auch immer diese Strecke. Wenn wir nach dem A-Split, dann möchte ich auch nur... Komm, hol den, bevor er weg ist und go. Rush. Es ist nur noch einer auf A. Der Rest kommt über CT nach. Also an der CT-Base aufpassen links. Da müsst ihr versuchen durchzuhüpfen. Und schnell vorbei, ja. Und den Spot vier machen. Okay, einer ist da. Was ist denn der? Bombe legen, verteilen, CT-Base, zwei, Akkurs, zwei, einer erlangen. Ich hab noch einen HP. Ich guck, ob da ist noch einer auf kurz. Geh weg, damit du die P90 safest. Ist nur noch einer. Lass einen anderen Akkurs machen. Jop, alles genau. Neben noch alle, oder? Ja. Gut, dann haben alle noch die Waffen und keiner soll kaufen. Genau. Auf jeden Fall niemals eine Waffe wegschmeißen, um eine neue zu holen. Und ich würde nochmal A versuchen, denn was die jetzt machen könnten, ist, weil die keinen von euch getötet haben, jetzt schon zu kaufen. Hm. Weil die dann im Waffenvorteil wären. Okay. Also ich bräuchte einen auf kurz eventuell. Ja, das war doch nur doof, weil ich eigentlich kurz sollte, aber ich hatte die Bombe. Dann konnte ich nicht mehr fassen. Und durch. Ja, was kommt durch. Komm. Wenn ihr den habt, weiter. Ich hab nur noch 14. CT Base, wieder aufpassen. Jetzt gleich beim Vorbeispringen. Legen die Bombe. Ich hab sie. Ich mache. Ja, und die haben richtig gekauft. Nennt sie es CT Base, ne? Ja, dem ist, ich würde weiter hinter gehen. Lieber hinter der Stufe warten. Da unten. Oh. Da sehe ich sie. Ich sehe die Waffe. Schön. Bei dem ist, nimm die Waffe mit. Ähm, 4. Liegt da unten. Ne, wie so ein P90 hier liegen. Jo, hast recht. Die haben auch nur einen PSKill gekauft. Okay, ich kann gar nicht normal kaufen. So lange A, wie es klappt. Ja. Bisschen was umändern. Gut. Äh, wer dem ist, du hast die Bombe. Jo. Ich hab die Mitte im Blick. Du kannst ruhig vorm Sniper weggehen, gerade in der ersten Sekunde. Also jetzt, das war nur für wer dem ist. Eins, zwei, drei. Drei Leute auf den Weg. Bombe weg. Wer dem ist, ah, nicht stoppen. Jetzt wird's riskant. Ähm, wenn du erster bist, wirf die Bombe lieber nach hinten, weil du musst als erstes, wenn da ne Brand liegt, nicht A lang gehen. Da sitzt einer. Geht a la kurz, a la kurz dann. Alle durch. Wenn da ne Brand liegt und keiner durch ist, keiner springt hinterher. A la kurz und beide. Oh, da ist die Terrorschläge. Die kommen gerade alle. Terrorschläge, das ist aber glaube ich nicht kapuze. Das heißt, zwei Stück Terrorschläge. Kapuze kommen gerade Terrorschläge hoch. Alle sind jetzt auf A. Ah, ja. Terrorschläge kapuze, zwei Terrorschläge. Aufm Spot noch. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, wenn du erster warst für Erlangen, wer dem ist, wirf die Bombe einfach nach oben beim Laufen. Dann lässt du sie hinter dir sozusagen fallen. Weil du musst als erstes durchgehen. Das ist vom Timing her sehr wichtig. Okay. Gerade jetzt nochmal wieder, ihr steht sehr gut für A. So, ihr könnt auf jeden Fall wieder Erlangen gehen, bevor die Brand eingetroffen ist. Gerade du bist als erstes raus, wer dem ist. Wenn er jetzt nämlich wirklich ne Brand da reinschmeißt, braucht er eine Sekunde, um die Waffe zu wechseln. Eins, zwei, drei. Vier, vier Leute auf B. Sehr schön. Wahrscheinlich einer in der Mitte. Ja genau, siehst du was ich meine? Und durch. Auf jeden Fall durch. Keiner, keiner mit sich. Einer, einer badet da im Feuer. Ich krieg ihn nicht. Oh, da oben links. So, aber. Noch. Hanne sitzt da wieder auf. Weit noch da, wer dem. Schön. Nimm die Bombe mit und geh zurück. Jo. Oh. Das ist jetzt sehr schade. Warte mal Mitte, warte Mitte. Lass mal einen hoch. Da kommt einer. Ja. Und jetzt guck nach rechts. Guck nach rechts. Ah, schade. Geh durch, geh durch, geh durch. Lass ihn. Das ist ein Sniper. Also, Hanne warst du zuletzt oben links. Wenn du da hoch gehst, links direkt. Schade. Mit der AK viel, viel tiefer. Ja, okay. Knie. Ja, mit der AK ganz weit nach unten zieht. Aber du hast gesehen, wer dem ist, was ich meinte. Er war unbewaffnet, als du rauskamst. Hättest du jetzt so ein bisschen so dieses Carlos-Strike-Feeling mehr drin, hättest du ihn gehabt, bevor er überhaupt was machen konnte. Und, äh, Vita, du standst in der Brand drin. Du bist an der Brandgranate. Ja, hab ich am Ende auch gesehen. Ja, versuchten Lehrer standen. Jetzt hat A-Mann nicht geklappt. Die werden jetzt wieder... Schaut einfach, schaut einfach mal, wie die auf B so organisiert sind. Deswegen, ja, ja, Rush. Immer Rush. Es sei denn halt, wir brauchen eine neue Taktik. Jetzt raus. Er wurde wieder gelöscht. Ist eigentlich perfekt gewesen. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist es zu spät. Jetzt wissen sie, dass ihr da seid. Verschiebt komplett über Mitte. Ach, über Mitte. Ja, auf jeden Fall über Mitte, weil die ersten von A-Kurz können schon... Ne, nicht auf B. Guckt A-Kurz. Sprüht Mitte um. Oh, so. Ja. Achtung, Vita, er hat dich auf jeden Fall gesehen. Genau deswegen... Ja, gesehen hat er mich übernommen. Genau. Aber erzähl ich dir gleich. Lauf weiter mit der Bombe. Lauf weiter. Lauf weiter mit der Bombe. Kommt jemand. Ruhig. Kaputt, P-Gott. Ja, genau. Ach, guck. Mit der P-9. Da kommt einer mit dem Sparte. Ruhig da. Ach, los. A-Kurz kommt auch. A-Kurz, drühe ich um. Und Rhythm. Ja. Und jetzt musst du da weg, weil der in der Mitte guckt nicht. Der sieht dich die ganze Zeit. Da hast du... Geh, lad nach. In der Ecke links. Nicht reingehen, nicht reingehen. Stopp, 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 zurück. Und Alang links in der Ecke. Geh da rein, Alang, und dann kurz links. Der steht hinter der Tür. Ne, doch nicht. Rechts. Jetzt riskiert es, da sind es zwei. Ich hätte es riskiert, die zu erschießen. Okay, ich gehe jetzt. Lass sie kommen. Dreh dich um. Das ist die AWP noch. Wie soll ich was sagen, gegen die AWP... Ja, schön. Du holst es weg, da ist noch jemand. Ah! Da war die AWP noch. Ich dachte, der will sich auch nicht bewegen. Ja, ja, genau. Ich dachte, der wäre auch... Hättest du noch echt gut aufräumen können. Das war schon nicht schlecht. Jetzt nichts. Ich dachte jetzt... Ich habe mich gedacht, AWP, die wäre auch da gewesen. So habe ich das verstanden. Ich habe kein Geld. Ja, ich wettet nur euer Geld. Aber bei dem ist... Bei dem ist nein. Was? Ach, scheiße. Dann müssen alle kaufen. Dann müsste der 9000, dann muss zwei Waffen kaufen. Und... Ich habe schon eine Waffe. Okay, jetzt versuch... Geh erstmal aus dem Schussfeld der AWP raus. Einer steht da nämlich noch schön in Vision. Dem ist. Ja, genau. Haben wir eine Waffe? Da liegen noch zwei in der Mitte. Wenn jetzt da zwei Waffen liegen, die MP noch tauschen, alles klar. Versucht jetzt über B-Cutters Mitte zu gehen. Und mit einer Flash oder sowas, wenn ihr eine habt, die AWP zu holen. Genau. Hat jemand eine Flash von euch? Nein. Ja. Nee. Kack. Wär mal liegt. Wir können ihn aber verarschen. Indem wir ihn werfen, guckt er sofort weg. Also wirft irgendwas, ich rush sofort durch. Ihr müsst aber alle rushen. Ihr müsst davon ausgehen, dass der Erste stirbt. Jetzt alle durch. Alle durchs Tor. Go, go, go. Alle. Ja, das interessiert ihn gar nicht. Durchs Tor. Nicht im Tor stehen bleiben. Sonst ist es wie ein Morgenschießen. Ach, das gibt's nicht. Ja. Das hast du schön gesagt. Die verfolgen dich eh, Meklai. Die wollen den Kill haben. Lass sie kommen. Die kommen alle dir hinterher. War richtig. Kommen sie schon. Ja. Geh auch wieder Mitte. Lass über B keinen kommen. Da kommt einer B. Das ist so ein Fehler. Nicht auf B gehen. Geh wieder Mitte raus. Du hast noch genug Zeit. Der steht da noch mit der AWP in der Mitte. Versuch über kurz auf A zu kommen. Warte, ist ja doch eine. Ja, der kann auf kurz an der Ecke. Wenn du die Pille hochläufst, an der linken Wand, dann kann er dich nicht sehen. Ja, an der kurz zurück, ja. Ich hab immer noch kein Gate. Jetzt versucht wirklich nochmal zu spart. Spart einmal. Verhäften wir nichts. Kauft aber eine Flash und so weiter. Wir versuchen das nochmal. Flash und Smoke. Einer, auf jeden Fall. So. Geht nochmal B Cutters. Wartet da. Wir haben jetzt eh nur Granaten gekauft. Das heißt, so viel Wert ist gar nicht im Spiel. Ähm. Wenn ihr dann rausgeht. Ähm. Der Erste, der wird sehr wahrscheinlich sterben. Ist einfach so. Und danach muss er aber nachladen. Dann könnt ihr ihn holen mit drei Leuten. Und einer muss die CT Bay smoken, damit die von A euch nicht in den Rücken schießen. Also, ich hab die Flash, ich schmeiß die jetzt gleich. Und dann müssen alle hinterher. Und nicht im Tor stehen bleiben. Egal was passiert. Drei, zwei, eins. Und alle raus. Los, los, los. Keiner bleibt stehen. Auch nicht zum Schießen. Der Erste stirbt jetzt vielleicht. CT Bay smoken. Ja, drauf auf B. Auf B, auf B. Und CT Bay smoken. Schön. Und drauf. Okay. Perfekt. Mit einer Pistol-Round. Ich schau, Cutters. Da ist nix wie... Ich kriege hier irgendwo Waffen. Ich hab ne schöne, äh... Verteilt euch schön. Stellt euch so hin, dass ihr nur von einem Eingang gesehen werden könnt. Auch den, den ihr defft. Wer Cutters guckt, sollte nur von Cutters gesehen werden. Fenster. Ja, steh ich ja. Steps, Cutter. Ja, Letzte kommt Cutters. Können also alle Cutters gucken. Und jetzt geht er wieder zurück, aber er wird's nie schaffen, auf den Bombenplatz zu kommen. Das heißt, er wird in der Mitte jetzt unten rumlungern. Entweder Mitte oder er wartet im Low auf uns. Je nachdem. Naja, rein theoretisch versuchen wir jetzt, den da zu jagen in der Mitte. Weil ich hab nicht mal irgendein... Ich würde ihn nicht jagen. Wir haben doch den Gap. Wir haben doch gelaufen. Nice. Wundervoll. Und wir haben ne Pistol-Round gewonnen. Nur mit Flash und Brand. Und jeder hat jetzt ne Waffe, oder? Nein, aber ich kaufe mir. Und jetzt wieder A. Wir haben's ja ganz wie am Anfang. A-S-S-Mile. So, ich schmeiß die Bombe der Juni jetzt zu, weil sie ist die letzte. Jo. Perfekt. So, ich schau durch Mitte. Ich geh mit der SGE lieber als letzte rein. Drei. Drei. Danke. Drei Leute B. Er ist mit einem Sniper wieder gleich. War keiner dabei. Mein Brand. Okay, ich bin gesmaukt. Rauf, Koko, der ist im Pit. Das ist ne Todesgrube. Aber Ritter ist da alleine. Aber Ritter ist da alleine. Aber Ritter ist da alleine. Der ist mit der... Lauf weiter kurz, lauf weiter kurz. Vergesst die Anne im Lieder-Eck nicht. Und Alain kommt jetzt gleich auf die Terrorschräge. Also erst mal links gucken und dann direkt Terrorschräge. Zwei Stück Terrorschräge jetzt. Ah, das gibt's doch nicht. Terrorschräge, Julian. Ich danke dir noch, da hast du nichts. Wo kam mein Team denn hier? Terrorschräge immer noch. Kurz war einer. Terrorschräge, der letzte. Ah, der Kapuze. Wo steht er denn? Terrorschräge. Der letzte, oder? Ja. Ich glaube, er hat den nicht gesehen. Doch hat er jetzt. Wieso war Vita jetzt gerade allein auf Alain? Keine Ahnung. Weil da Feuer war. Feuer war. Wenn einer durch ist, müssen alle durch. Weil sonst ist er tot. Er wird sozusagen abgeschnitten von der Gruppe und ihr habt den Sterben lang. Achso, ich dachte erst durch, wenn man wirklich schon im Feuer steht. Ja, wenn einer durchgerannt ist, muss der Rest hinterher, weil sonst stirbt er. Wenn keiner durch ist, geht auch keiner durch. Also einer ist schon durch. Auf jeden Fall zwei. Leiter ist er angehüttet. Ah, Kapuze hat mich erwischt. Der ist rechts, rechts. Jetzt hat die Bombe, ich kann noch nicht durch. Was ist denn jetzt los? Na ja, dann komm. Jetzt habt ihr Julia auf Alain. Bombe, komm. Jetzt kannst du zurückgehen. Bommbe. Vita. Was? Vita. Vergiss es. Geht auf keinen Fall kurz. Geht auf keinen Fall kurz. Jetzt könnt ihr versuchen, wieder die Leute, die aggressiv durch die Map rushen, zu erschießen. Das, was die halt sehr oft machen noch. Vita, Wolf, was machst du? Weiter. Ich wollte gucken, ob ich jemanden abfangen kann, der da rusht, so wie Dalu es meinte. Ja. Oh, ich lebe gerade tierisch wieder. Super. Auf dem Auto ist einer. Auf B. Da kommt einer B. Ja, guck mal schön am Eingang. Da schieben die. Denkt auch an die Lower Tunnels. Wieder guck mal Mitte. Also guck mal Katas unten. Bleib ruhig da. Wieder die Runde so zu holen, ist fast unmöglich jetzt. Also mit 5-2 Terror ist jetzt echt schwer. Deswegen aber jeden zu töten, kostet die Geld. Geht nicht durch die Mitte, ne? Die Aabe steht da immer noch. Achso. Aber am Ende müssten wir gerne tot sein oder gar nichts gemacht. Nee, der, der, du müsstest, also McFly müsste sterben. Vita nicht. Die SIG ist teurer als der Verlust, den du kriegst, wenn du überlebst als Terror. Du kannst es noch versuchen, McFly. Vita bleibt defensiv. AWP links. Aber ignoriere den, guck nach rechts. Den schaffst du im 101 nicht. Hinter dir. Oh, fuck ja. Komm, komm, komm. Oder hol ihn. Yes, sir. Genau. Nimm dir M4 noch mit. Hast du es geschafft? Nein, du hast meine Waffe weggeworfen. Das war natürlich jetzt so ein Problem. Können wir kaufen? Ihr müsst, warte. Ja, ja, ihr habt genug Geld. Ansonsten muss McFly halt mehrere Waffen kaufen. Und versucht, Mitte so zu smoken. Also einer smoke an die Tür und einer auf die Kiste. Und dann geht alle akkurz. Eins, zwei. Ja, genau. Das war natürlich jetzt, ja, das war ein wichtiger Schritt. Super. Jeder mitnehmen lieber. Ah, ne, ne, schädt. Jetzt geht doch nicht alle in der Mitte, da steht die AWP. Und, gerade wenn... Ja, da ist doch geraucht. Gerade, ne, ne, die Rauch liegt zu weit oben. Er lag zu weit oben. Ja. Es sind da keine zwei. Und niemals ducken auf, also wenn du das Duell hast. Wenn er daneben schießt, geh durch. Er muss ja nachladen. Alang oben rechts diesmal. Wieder Todesfalle. Ja, genau. Ich komm hier irgendwie nicht... Und geht zurück, geht wieder Mitte. Also Mitte und dann geht, versucht links an die Wand zu kommen und geht lower Cutters, denn da kommt auch wieder einer rein, bestimmt. Also versucht er durchzuhüpfen jetzt an den Barrels. Spring, Ju, ja. Ein bisschen zu spät. Jetzt ist das noch eine Rauchplanade. Er langkommt, McFly. Guck er lang. Go. Ah, fuck. Ja. Ja, aber es ist jetzt mit Zielen hier. Grundfall. Ja, sehr gut. Alang wieder offensiv. Da, die kommen alle zu euch. Alter, ich treff nichts. Ist er down? Ne, ne, Anis noch. Nein, nein. Pass auf, dass er jetzt nicht... Könnte auch von rechts und Rita nach rechts. Wieder vom Gang kommen, ja. Rita, guck nach rechts. Hey. Ganz genau. Geht links runter. Also links an der Wand bleiben und runter gehen. Versucht's. Schleichen oder nicht? Und rennen. Nein, 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 nein. Nicht schleichen. Niemals um eine Ecke schleichen, wenn eine AWP da ist. Dann müsstest du jetzt springen. Jetzt guckst du genauso wie er. Ah, okay. Verstehen. Je langsamer du bist, desto mehr Zeit hat er. Was mach ich denn jetzt? Springen. Geradeaus laufen und springen. Spring. Komm, da kam gerade der andere hoch noch. So, alle haben noch genug Geld. Wie ist der? McFly hat das meiste Geld. Wie gesagt, versucht euch wieder Waffen zu geben. Nehmt noch so viele Runden wie möglich mit. Was machen alle eine Waffe? Ja, ja. Versucht das nochmal auf A kurz. Beziehungsweise die Mitte besser zu smoken. Das ihr euch nicht sehen könnt. Wenn ihr alle A kurz durchkommt, habt ihr die Runde auf jeden Fall gewonnen. Wichtig ist, eine muss schön unten ans Tor und eine müsste an die Kiste. Und wenn ihr jetzt da rum geht, springt. Es liegt noch keine Smoke. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich wurde geflasht. Ach, hier. Und alle durch. Go, go, spring, 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 McFly. Ja. Weiter, weiter. Ah. Die weg. Ach, komm, da ist auch noch einer. Aber in der Mitte sind zwei durchgerannt, glaube ich. Na, aber auch passend. Schaut die ja kurz ab, die beiden. Da kommt doch eh einer kurz. Einer Lead-Eck und mindestens einer kaputzes Terror-Schule. Wenn ihr die abkommt, könnt ihr B gehen. Geht B. Springt Mitte runter wegen der AWP. AWP muss immer noch da sein. Deswegen geht B. Soll ich beeilen? Deckt das Ei? Ne? Hm. Deckt grad wieder Tiere. Ich hab'n Paketverlust. Okay, da guckt er. CT-Base, das war die AWP. Ja. Er wird auch dann nicht Katas kommen. Ist sehr unwahrscheinlich. Kapuze wird aber Katas kommen, eventuell. Du stehst da ungünstig. Ey, klar kommt schon einer, Leute. Loch kommt schon. Also Loch oder Tür. Ich bin kann von drei Seiten angeguckt werden. Und Tür, Tür. Sehr schön. Verteilt euch wieder. Guckt beide Eingänge. Stellt euch defensiv hin. Er muss reinkommen. Ganz einfach. Das entschärft er nicht mehr. Der hat seine Aave gesapet. Der hat sie auf jeden Fall noch. Was auch klar. Versucht'n B-Rush. Schau'n wir mal, ob sie da jetzt immer noch Brandkanaten werfen. Wenn man so lange nicht B, vielleicht werfen die die Brand gar nicht mehr. Ich kann keinen Rauch mitnehmen. Ich hab's ne blöde Brandkanate da. Ansonsten, der Erste sollte ne Rauch mitnehmen, wer als erstes rennt. Das ist wer dem ist. Kaufe den Rauch. Schmeiß mal deine... Und schmeiß die einfach in den Tunnel rein. Wenn du, sobald du den Tunnel siehst, schmeiß die in den Tunnel rein. Dass du die Brand löscht, wenn die eine werfen. Jetzt direkt rein, ja? Rauch nach rechts. Und durch. Ja, genau. Durch, 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 durch. Perfekt. Ist kein Feuer mehr, das wird gelöscht. Boah, ich seh' aber. Linker am Spot noch. Also, da lag immer noch Feuer, ne? Das eine Feuer wird gelöscht. Ja, das zweite war nicht. Das ist teuer worden gelöscht. Und leider der Erste, wer als erstes... Das ist nicht schlimm. Das ist halt, ähm... Der Erste, der reingerannt ist, hatte den Cete übersehen. Der ist an dem Cete vorbeigerannt, leider. Ich kann nicht kaufen. Dann müsst ihr... Ich hab auch nur 3.000. 10.000, McFly... Achso, wie viel haben wir jetzt eine Waffe? Wenn zwei eine Waffe haben, kann McFly droppen. Ich hab eine Waffe. Aber jemand blockiert mich hier gerade. Und? 1, 2. Oh, jeder weckt ihn. Ja, ja. Ich hab jetzt keine Waffe. Dann spielt defensiv und wartet B. Er hat mich jetzt auf A laufen sehen. Also, er könnte vermuten, dass wir auf A laufen. Kaufe in MP, so, jetzt hab ich auch einen. Spielt B. Kater's defensiv. Ja, geht B und wartet in den Cutters. Ab der Treppe schleichen. Irgendeiner wird eh wieder rein. Nein, ich bin versau. Ja. Ich hab keine Kevlar. Ich schaue Lower Tunnels. Da hat einer gesteppt, war von uns. Ja, das war aber nicht im Tunnel, das war draußen noch. Die haben mich nicht gehört. Ne, ich wollte gerade sagen, das hab ich nicht mal gehört. Kaum. Wenn du jetzt wirklich rausgehen solltest, guck aufs Plateau. Auf jeden Fall. Ja, hab ich vor. Ja, jetzt alle raus. Alle raus. Los, es ist einer. Es wird einer sein, der ne Aukat. Versuch nicht hintereinander zu laufen, sondern... Oh, die krieg ich den. Komm, auf... Ja, einer ist... Okay, ein Verlust ist mein Loch. Fenster, Fenster sitzt einer, Fenster sitzt nütz. Fenster kriegt schon ein Sniper durch. Bombe legen, nicht vergessen. Ich save Fenster. Ich save das Loch. Äh, ich save. Ich hatte es. Tür ist bis jetzt nur ungedeckt. Äh, Peter Wolf, schau bitte aufs Loch. Wenn du dort stehst, dann kannst du das Loch gut decken. Ist schon richtig so, Julia. Loch ist alles gut. Guck nur auf die Tür. Ja, ich wollte nur schauen, ob ich von hier aus gesehen werden kann. Ah, komm. Tür ist ungedeckt. Bis jetzt, alle zwei Leute gucken Loch von euch. Da ist auch einer. Ich guck auf die Tür. Jetzt guck mal lieber auf die Tür. Guck mal lieber auf die Tür. Guck mal nix mehr. Wer dem ist, könnte jetzt abgeschossen werden von der Tür. Tür. Kapuza erwischt. Tür ist durch. Guck mal n' Arme, die liegt an der Treppe zum Pott hoch. Treppe, Pott? Was? Egal. Da. Hat's erledigt. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Also ich kann kaufen. Ja, ich mein, ich nenn das Ding immer Pott oder Top oder was auch immer. Ich hab da immer irgendwie... Letzte Runde, kauft alles. Plateau heißt es eigentlich. Also alles ausgeben, auch wenn ihr noch Nates, also wenn ihr Geld habt und so weiter. Kauft Granaten nach. Kann alles gebrauchen. Und versuch noch mal auf die. Oh, ja, wieder. Das war jetzt irgendwie nicht so, dass wir ich vorhatte. Und rannt wieder in den Tunnel. Versuch die Mitte in den Tunnel zu schmeißen. Äh, Smoke in den Tunnel, damit du das wieder löscht. Okay, wenn sie jetzt eh schon haben, dann könnt ihr auch Mitte gehen. Natürlich hat er mich gehört, das ist klar. Soll ich mal ne Blend rein schmeißen? Vorsicht, der ist da, ja. Komm mal, komm mal weiter, ja. Ja, ist weggeschrungen. Okay, ja, rennt weg. Jetzt komm hoch. Jeder kurz, wer dem ist, wird da bleiben können. Du hättest ne gute Pose gehabt, um mich abzufangen. Bleib da in der Ecke, bleib da. Das ist doch... Ach kurz, offensiv, also Mitte offensiv. Guckt Mitte hoch, wer dem ist. Ja, ist schon richtig da. Kapuz hat 54 abbekommen. Da ist richtig. Oben in der Mitte Kapuze, ja, ja, ja. Oh, ja. Oh! Der hat ja für den Tor geschlossen. Jetzt an der Stirbpfeil! Och, Sniper. Okay, schön. Vier gegen zwei, aber mit Möglichkeiten. Kapuz ist das CT? Oder irgendwer war gerade unten in der CT? Wo ist die Bombe denn eigentlich? Die liegt Mitte. Der wurde von... Die Bombe liegt in der Mitte. CT steht einer, ne? Denk dran. Das ist jetzt lustig. Also ob wirklich in... Schön, dass ein Nightshade da stehen kann, wenn er wieder drauf gucken kann. Bombe mit, ja, es ist jetzt super. Konzentriert euch gar nicht auf die Bombe. Versucht, die vier zu töten. Ich würde über CT-Base gehen und versuche, einen Blick zu riskieren. Aber nicht auf... Genau so. CT-Base stand im Sniper, glaube ich. Guck nach rechts schnell und dann geh auch rechts in die Ecke. Ne, in der CT-Base rechts. Ja. Ach, wieso habe ich jetzt gesoomt? War ja Schwachsinn. Aber du musst jetzt weiter. Das ist nur noch neun Sekunden. Das ist eh letzte Runde. Also versuch reinzurennen. Schau. Wisst ihr nicht, wo waren denn die? Mitte natürlich, bei der Bombe. Da hätte sie reinrennen müssen. Ach so, ach Gott, ja, klar. Kapuze Mitte haben wir jetzt aber echt oft angesagt. Ein 7, 8. Wieder sehr ausgewöhnlich. Aber CT ist nochmal besser. Ja, das rocken wir jetzt. So, wie gerade eben. Ja, ich lauf B. Ich gehe wieder kurz. Ich gehe wieder B. Ich gehe über den Lower rein. Weil ich kann vor dem Lower lief gerade kurz vor. 2 gesagt, dass sie B gehen? Ja, 2 gehen B. Ja, sollten auch 3 auf B. Nicht 3 auf A. Ja, wo soll ich denn dann hin? Ich war die ganze Zeit B. Ja, ist doch noch. War auch immer B. Okay, sieht auch nach B aus. Ich habe jetzt keinen auf A laufen gesehen. Ah, nicht immer blocken, Peter. Ja, B. B. B, verschiebt. Ich höre. Ne, guck, jetzt kommen sie auch. 2, 3, 4, 5. Sorry. Dann habe ich unsere Steps gehört. Wichtig ist, gerade in der Pistol-Round direkt zu verschieben. Es wird kein Fake geben. Gerade Pistolen-Runde und MP5-Runde. Sobald ein Gegner irgendwo gesehen wird, dann kommen auch alle da. Nicht kaufen. Geht an dich, Peter. Ja, kein Geld ausgeben in der zweiten Runde. Und auch wenn ihr die jetzt verliert. Nicht kaufen. Dreiecke-Runde. Das werden wir verlieren. Lagen sie noch schon mal 2. Kurz auch 2. Die Bombe ist schon aufgetaucht. Ja, die Kommandentrat wieder. Auf den Kisten saß gerade einer und links in der Ecke saß auch einer. Ja, den treffe ich noch. Ihr könntet es jetzt riskieren, Waffen zu kaufen, weil die werfen ihre Waffen nicht weg. Das heißt, wenn ihr jetzt richtige Waffen kaufen könnt, also alle M4 mit Kevlar, habt ihr Waffenvorteil, die Runde. Ist natürlich dann sehr wichtig, aber ich würde es riskieren. Okay. Weil ihr habt jetzt auf jeden Fall die stärkeren Waffen. Gehe auch davon aus, dass sie es nochmal auf A versuchen werden. Das heißt, wenn auf A einer gesehen wird, verschieben direkt alle. Ja. B-Rush, B-Rush. Alle B. Go, 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 go. Alles rüber. Ich habe alle noch nie Counter-Strike spielen sehen. Wieso bist du so gut? Wenn du auf das Ding draufsch... Ah, schön. Dann so hinten rechts komm, das ist deiner McFly. Den hast du. Oh, ich leck dir, das ist... Ja, ich... Lass ihn kommen, er kommt eh nochmal wieder. Er will sich zeigen. Er will ja lovdeffen. Ja, genau. Guck nach rechts, wer dem ist. Ah, schade. Platon unten in der Ecke. Ja. Und... Geh ins Land nach und geh durchs Holztor rein. Und go. Holztor hättest du mehr Chance gehabt, weil du dann nicht hättest springen müssen oder sonstiges. Und hättest halt viel besser schießen können. Ja, jetzt auf jeden Fall sparen. Das Problem ist, bei mir lag das gerade schon wieder. Ich habe 30% Paketverlust wieder. Nein, das ist cool. Können wir jetzt wieder sparen? Ja, ja, klar. Nichts kaufen. Ja, Julia, du hättest gerade auch eine richtige Waffe kaufen können. Anstatt eine MP. Okay. Also jetzt? Nein, nein, nein. In der Runde davor hat es eine MP gehabt. Ja, ich... Ich verstehe noch nicht ganz, was gemeint ist, wenn ein M4... Die M4 ist es? Die heißt M4. Die M4 ist bei B. B, verschiebt. B, alle B wieder. B, alle B wieder. Oh, okay, einer. Die legt schon. Wieder Plateau. Einer recht. Boah. Surprise. Ich versuche den rechts zu kriegen, auf dem... Echt? Weil der ist mir angehitzt, ja. So, wenn ihr jetzt b-deft, bisschen weiter auf den Spots, halt immer ne Brand jetzt mitnehmen. Und einfach schön in den Tunnel. Jetzt kaufen wir aber richtig, ne? Äh, ja. Und ne Brand nicht vergessen. Nikesh hat eigentlich schon mal gestorben, bis jetzt. So, jetzt aber eh. Ich weiß nicht, ob der jetzt ne A war oder nicht. Ja, ist er. Der ist schon gestorben. Mittlerweile hat er eh über 11.000 und könnte also seine Waffe auch droppen. Die werden keinen haben, der die AWP aufhebt. Das heißt, muss ich gucken. Ich höre, wir haben ne Köder. Bombe auf kurz gesehen, oder? Ja, Bombe jetzt auf kurz. Ja, mit dem ist kurz könnte einer kommen. Hat aber noch nichts zu sagen, weil zwei gestorben sind. Wirst ruhig, wer dem ist draußen ist. Ja, jetzt wird... Ja. Aber nun... Ah, lang kommt Bombe. Ach. Also, Koffer schiebt schonmal. Einer sollte Mitte bleiben. Einfach nur, falls sie nochmal zurückgehen. Da liegt die AWP, Julia, für später eventuell. Wenn die Zeit da ist, für später. Die sind auf A drauf gerade? Ja. Hm. Habts gesehen. Ah. Ich dachte, wir sind in die Ecke rum. Ich dachte, er ist auf dem Spot. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er auf A die Bombe. Ja, ja. Wir waren ja noch nicht auf A. Auf A. Auf A. Two and one. Achso, ich soll kurz gehen. Äh, wäre glaub ich besser. Bombe wird geplantet. Schleicht Julian wieder. Oh, hinter dir. Schleicht. Sehr schön. Julia? Wird zeitlich nicht mehr reichen. Ah, okay. Julia jetzt noch schaffen. Naja, jetzt ist es auch zu spät. Ich hab kein Geld mehr für ne AWP. Ich... Fuck. Let's go. War... Falsch, ne? B wieder. Da kam der Flash gerade. Ja, B. Bei W. Ja, aber die trauen sich dann nicht durch. Die Brand war jetzt in der Hinsicht nicht gut, weil die wurde direkt wieder gelöscht. So stimmt, ja. Entschuldigung. Könnt ein B-Rush werden. Könnt aber auch Mitte rauskommen. Stehe ich grad nicht scheiße. Ich verstehe grad nicht scheiße. Ich verstehe grad nicht scheiße. Wo ich mich hinstellen soll. Das ist das Problem, wenn wir durchgerusht werden. Guck links, wer dem ist. Ah, kurz könnte einer sein. Die AWP steht noch im Spawn, na super. Ja, ist noch nix passiert. B war gerade mit Granate. B, 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 B. Ich bin bisschen tiefer immer. Fragen voll immer unter'm Gegner. Das gibt's doch nicht. Vertielst du, was ist denn jetzt los? Ah, das ist doch dumm. Da, da, da! Die Anne! das läuft gerade nicht schlecht irgendwie treffe ich jetzt nichts mehr ja ich denk es mir auch gerade irgendwas ich weiß nicht was bei mir okay darf ich mir wenigstens eine keffler hol ja aber diese ansonsten ist halt wichtig 15.000 raus im schnitt im team zu versorgen aufgeteilt auf zwei leute die standen noch alle im spawn a lang flash ja a lang flash ich werde mir nightshade jetzt wir von t spawnen holen der nase a lang geht auf a julia und vita lass sie kommen noch so eine pistole also zeigt die ja klar er wusste das weil ich will ja wo am mitte steht immer noch die abp vorsicht wollen sie auch wo 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 ach da hinten da hinter dem auto da kommt einer schräge hoch jetzt gehen wir dem ist entplantet er wollte sagen wir waren beide irgendwie auf sammel fokussiert die haben die hinter der kiste gar nicht gesehen nicht lustig so mp-round oder hat sie erledigt ist noch nicht vorbei kann das weg ist nie zu ende mp-round oder nicht nein ja niemals also jetzt bin ich auf dem mp-round gibt es nur in der zweiten runde na gut jetzt hat irgendjemand mp-round gesagt deswegen habe ich auch gekauft ja komm ja komm a lang ist uns schon zwei a lang a dann dann geht alle a wenn ihr wenn wirklich auf a lang zwei sind vorsicht mitte ja a kommt bleibt zeigt euch nicht an der ecke lasst sie kommen wieder lasst sie kommen ja ich habe nur angst dass dann bei a lang drei a lang kommen wir auf a lang noch nicht nachladen da kommt noch wo ist von wo kam die lang nach schade wieder da jetzt noch ein mitnehmen können ja aber nicht wenn ja noch leute zu hören sind wo denn auf dem spot wenn man wenn man da die terror also da hoch geht vom ct spawnen auf a sollte man nicht lieber links lang schleichen versuchen wenn man hoch geht vom ct spawnen auf a ja kommt daran was machen kaufen wir alle oder ihr müsst jetzt kaufen sonst werdet ihr spiel auf unentschieden spielen aber kauft richtige waffen und ist halt hoffen dass agp nicht wieder am anfang stirbt das ist weil 4 und 5 als ct ist nicht einfach doppelt vielleicht auf a lang granate wenn ihr den brand b werft geht euch schon mal auf a riskieren wir es dann halt lieber ein 5 gegen 5 auch wenn sie auf b sind ja jau zwei a lang lang vier a lang bei dem ist guck a lang alle a lang gehen links in die ecke bei dem ist lass die anderen erstmal kommen ich glaube der dich gesehen scheiße ja die sind aus der terror schläge also ja mann geht sie denn von hinten weg oder von h einer kommt erlang ich mich müsste nicht angekommen was ist denn los aber die runde ist wirklich der brummt ihr könnt sogar noch einmal kaufen jetzt nehmt so viel mit wie ihr könnt ihr könnt eine waffe ohne kevlar kaufen er auch achso ja ah wieder du hättest jetzt auch richtig eine waffe kaufen können es ist in anführungsstrichen letzte runde ich kenne du hast eine ump gekauft und hast noch tausend da wurde jemand getroffen jetzt geht's die ak war ausgegraut die ak hat der cd nicht flash a lang wieder quatsch das auch mal hochgehen da lang wieder geht wieder auf a geht wieder auf a bei durch ja die zuhört hat was gegen mich die nimmt die das ist eine du ja geradeaus guck noch ist noch keiner durch geradeaus ja die jetzt kommen sie ok komm das ist noch gut terror schräge jetzt einer ist auf dem spot der die bombe der will auch direkt planten gehen kommt schon ja ok und jetzt versteckt euch und deft ein bisschen zeigt euch nicht lasst ihn kommen jeder eine richtung pass auf mit der a lang weil das ist der mit der a bedeckt ja nicht a lang gucken vor allem nicht mit einer uhr cd base terror schräge bestimmt ich sag terror schräge sobald du hinten rechts was sehen soll es auf a lang beweg dich ja kurz lass ihn kommen lass ihn kommen lass ihn kommen nicht zeit wieder gegen naidi boah schade schade ah ne war aber auf jeden fall richtig gespielt puh ich bin sehr auf nächste woche gespannt das wird auch nochmal eine lustige angelegte es war heute auf jeden fall die faireste runde von den letzten drei wochen das muss man auf jeden fall so sagen erste unentschieden 16-9 ist auch vollkommen in ordnung hat spaß gemacht schaut unbedingt bei allen leuten vorbei alle links in der video beschreibung wir sehen uns nächste woche wieder machts gut bis dahin und tschüss tschüss Tschüss.